wir stehen in die Schotteau wir fallen noch gleich rein Session. 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 Nächster Feld werden wir dann auch noch machen. Und das ist das komische mit dem Quais. Mit den Bäumen in der Mitte. Dieses Projekt geben wir dann an, wenn der Kuhstall steht mit Forst und so. Aber wie gesagt, ich habe mir das jetzt ausgerechnet. Es wird dann, da werden wir noch ein paar Mal ernten müssen. Wenn ich wirklich, ich erzähle euch jetzt, was ich mir jetzt eigentlich, was mir noch eingefallen ist, ob sich vielleicht drei Stelle da oben ausgehen. Und drei Stelle, ja, das, ihr wisst, was das heißt, das sind allein schon 2,1 Millionen. Ich rede noch nicht von Hallen und Ebenen und sonstigem Blödsinn. Von Schnicki, Schnacki, Schnuck, ja. Ich sage, die Ernte wird jetzt auf jeden Fall reichen, um unsere Schulden abzubezahlen, 100% das reichen. Und dann geht's. Schauen wir mal gleich so rüberfahren können. Soll ich wirklich nichts entgegenkommen? Oh, da kommt noch was. Im Winkel nicht so gern. Erfährst du, oder was ist jetzt dein Problem? So. Machen wir jetzt noch händisch Also machen wir ohne Helfer Nicht händisch machen wir sowieso Schürppe Schraube 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 Das war's. 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 gerade wieder rauf so Entschuldigung. 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 Soh... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020